hallo hallo herzlich willkommen zum neuen fordner shop heute am samstag 23 september 94 items im shop und wir gehen mal rüber es gibt was neues nämlich ein spinnt paket und das ist das hier oben von geovas spinnt paket wir fangen mal hier mit dem skin an das ist nämlich das schlachtenstäbchen eigentlich ein fresserskin das habe ich mir damals auch geholt dann gibt es dazu das korallenkommando als rücken accessoire der party löse als axt dann haben wir noch der laserbeißer der heilfisch ich glaube der war ziemlich teuer daraus 15 oder so was ok das ganze bundle kostet 22 und das ist alles zurück sagen wir mal der fischstäbchen nach 51 tagen hier der party löse nach 61 tagen dann haben wir hier den adler nach 26 tagen und der hier nach 61 tagen ja ganz weißes paket weiter geht es ja mit den vorgestellten fokuspunkt ist auch ständig da ja das bundle kostet 18 damals fand ich den ganz gut mittlerweile ist der einfach zu oft da und ja ich hab den auch ganz selten gespielt den zweiten hier finde ich eigentlich noch besser von der farbe auch und naja dann haben wir nun schatten paket als rücken accessoire ja das ist sicherlich was schöneres die fixierung der starb hier doch wäre es ganz gut alles ist auf jeden fall nach 37 tagen zurück noch den gleiter den konnte man damals glaube ich kostenlos freischalten meine ich dann haben wir noch die kontrollierte konzentration als lackierung das bundle für 18 weiter geht es da haben wir tiger auge paket das ist schon das länger im shop dann haben wir hier die täglichen skorpion ist nach 38 tagen zurück die spe spezialistin nach 33 tagen der goldgräber nach 35 tagen ansteckend nach 44 tagen da und fußfinesse das seltenste heute mit 227 tagen riesiges popcorn gibt es dann noch nach 39 tagen zurück das andere ist alles noch geblieben hier ich würde sagen wünsche euch einen schönen samstag und das war's mit dem shop für heute mach hallo zum nächsten mal tschau, eure Sam